Ey, hier ist ne Lootstelle, Alter. Ja, ich hab die Ruhe weg, wollte ich grad sagen, hier. Oh, guck da. Wie er schön um die Ecke geguckt hat. Und die Schulter. Vorm Baum, Alter. Da ist er. Ich hab nen Spieler erschossen. Wann hab ich denn nen Spieler erschossen? So, den Bobo schön mit Vaseline. Verwöhnt. Zeig mal, was hast du denn schönes Kleiner? Schlummerst ja so süßer auf dem Sofa. Dann hast du nur einen Lappen dabei. Bretter, die die Welt bedeuten. Ja, dieses Visier, Alter. Ich mag es eigentlich so nicht. Ich mag das Visier eigentlich nicht. Schüsse waren hier auf der Seite. Dann wollen wir doch mal schauen, was da los war. Was? Ey, hier ist ne Lootstelle, Alter. Die hab ich ja noch... Das hab ich ja gar nicht gewusst. Die hab ich ja noch nie gesehen. So, Draht. Ach ne, Magnet. Saufen, komm. Gib, 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 gib. Rein in die Rübe. Das gute Zeug. Alter. Au. Ich hab die Ruhe weg. Wollte ich grad sagen, ja. Oh, jetzt war das mir doch zu bunt. Mit den Knochen kaputt geschossen, die Idioten. Da hat auch einer aus der Richtung auf mich noch geschossen. Mindestens einer. Wo ist der Spinner jetzt hin? Was? Da auch noch einer was zu melden, oder was? Wo seid ihr? Oh, da vorn. Oh, guck er da. Wie er schön um die Ecke geguckt hat. Schade, dass ich ihn nicht abgeknallt hab. Und hier labert schon wieder einer fröhlich. Ich seh nichts, Alter. Ich muss... Der Sportsfreund... Das find ich mal gut bei den Skefs. Die sagen ja wenigstens, meistens jedenfalls, dass sie da sind. Nicht immer. Ab und zu kriegst du auch gleich den Headshot. Er lässt sich nicht mehr sehen, Alter. Der hat wahrscheinlich Gamaschen gekriegt. Was? Piñata? Er hat eine... Piñata gefunden. Mann. Blöden Blätter. Und da steht... So. Nummer 1. Okay, ein paar Schüsse. Hab ich noch? Nummer 1 ist schon mal hinüber. Ja, der Typ kommt nicht mehr. Irgendwie schade eigentlich. Ich dachte, der guckt nochmal so lustig um die Ecke. Aber hier war immer noch einer. Mindestens einer. Der auf mich geschossen hat vorhin. Na, da ist er doch. Komm her. Sehr schön. Oh, die liegen ja gestapelt. Das war ein echter Kumpel, muss man sagen. Mann, scheiße Ast. Er hat die Leiche seines Kumpels bewacht. Was ist der Nächste? Okay. Keiner da. Na dann. Erntetankfest. Nummer 1. Nummer 2. Oh, schöner Helm. Und Nummer 3. Oh, der Helm war schon runtergepuckt. Hoppala. Hoppala. Abgerutscht hier. Und die Schulter. Und die Schulter. Ich verstehe keinem Wort, Junge. Junge, Junge. Nur gut, dass er so ein scheiß Schützer war. Wäre es ein Spieler gewesen, wäre ich tot. Kommt der Nächste, Alter. Seh nicht. Da läuft einer. Das war der Schrei, als wahrscheinlich da gerade vorne auf dem Blech rumgetrampelt ist. Oh. Das ist hinter mir. Und dann, da tanke auch noch einer. Oh. Hier war es irgendwo weiter links. Weggelaufen. Ich höre das doch. Da klappert doch aus einem an der Waffe. Da ist er. Weck. Leck hier. Flucht. 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 Ich weiß nicht, wo er ist, aber ich habe ihn auf meiner sinnlosen Flucht aus den Augen verloren. Ja, schade. Die Hoffnung war da, dass ich ihm vielleicht doch eine gegeben habe, aber naja, gut, war ja zu sehen eigentlich. Ja, dann haue ich mal hier ab. Ey, ich warte auf seinen Kopf, Alter. Was soll das? Knarreleherr. So ein Scheiß. Sowas kann tödlich sein. Ich habe ihn doch in den Kopf geschossen, Alter. Was ist das? Da hat er nicht mal einen Helm aufgehabt. Jetzt. Ey, geil. Quest abgeschlossen. Ah, komm. Lassen wir ihn. Raus hier. So. Das Boot. Das Boot ist nicht da. Scheiße. Da kann ich mir noch den Arsch ablaufen. Geschafft. Geschafft. Geschafft, geschafft, geschafft. Ey. Jetzt. Oh. Wenn das rot ist, kannst du scheinbar doch ohne Timer raus. Ja, gut zu wissen. Ich habe einen Spieler erschossen. Wann habe ich denn einen Spieler erschossen? Scheiße. Mein Loot. Oh. Acht fatale Hits. 17 Hit-Counts. Bei 22 Schüssen ist eigentlich gar nicht schlecht. So. Ich habe einen Mannen gewonnen.